Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde Worms Clan Wars mit Shazen. Und er ist natürlich auch direkt dran und fängst dann nicht immer drüber an. Wie immer. Weißt du, diese Runde, die wir nicht zeigen? Hm? Letzte Folge hast du angefangen. Letzte Folge, ja. Das stimmt. Eine Garte, krass. Echt? Ja, wird eingestellt. Schönes Ding. Auch perfekt auf 5 Sekunden. Wie sieht? Wie sie auch perfekt hinterhergerollt ist. Das war so ass. Was haben wir denn jetzt hier? Wer ist denn dran? Du bist dran, mein Freund. Ist das dein Ernst? Sei es. Ja stimmt, du kannst den nicht gar nicht. Das ist cool. Wobei, du kannst deine Mine nicht sehen. Das war der Plan. Es ist Mine zu... Ah nein, warte. Es ist ein kleiner, ne? Nein, das ist ein normaler. Das ist gut. Alter, ich war mir echt nicht sicher. War es wirklich ein normaler oder war es ein kleiner? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war ein kleiner, aber weiß ich nicht. Ich wollte dir auf Nummer sicher gehen. Dann lege ich dir einen. Alter, das ist aber auch ein Fail-Game, ne? Aber schön, dass wir... Jetzt habe ich hier gar nichts. Wir sind beide gleich schlecht. Und du könntest auf den Wasser-Kernister schießen, damit du noch mehr Wasser drin hast. Das ist gut. Hey, ist das... Was tust du? Ist das undurchlässig? Ich weiß das nicht. Undurchlässig. Also, nicht dass du jetzt in einer Hühle sitzen würdest oder so. Nein. Du sitzt da. Was wolltest du echt da oben rausschmeißen? Aber das wäre gut gewesen. Das sieht man so schlecht hier. Alter, was habe ich denn hier für Würmer? Was habe ich für Würmer? Einer ist schon tot. Das stimmt. Verdient. Ja, ja. Oh, pass auf. Ja, ja, pass auf. Der Taste. Ne, ne, pass auf. Ich zeige dir jetzt einen richtigen Hut. Okay, okay, um Dreckhanten. Do you know when I'm done eating? Geil, oder? Plump. Moron! Okay, die, äh... Moron-Essler. Moron-Essler. Fühl kannst du mir auch mal. Ich liebe diese Song. Oh, Mann, ey. Okay, also die Furzkissen, die funktionieren nicht so wie Granaten. Die Platten bringen... Das ist ein normaler? Das ist ein normaler, okay? Ach, fack auf, Alter. Der ist doch winzig. Ich hasse das Spiel. Hätte ich jetzt auch gedacht. So. Der ist der Großkopf, den sieht man nur nicht auch. Ähm, zack. Ach, das ist der... Ah, okay. Ich hab nicht viel... Ne Cluster hatte ich noch. Ne, das bringt nichts. Wir schmaßen die Cluster. You don't want to do it. Das müsste reichen. Das mit den Granaten ziehe ich eigentlich ganz gut hin in letzter Zeit. Ja, es ist gut, dass du nur eine gewählt hast. Ah, okay. Okay, schon. Din... 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 Aber ich find das gut, dass deine Würmer da so alle zentral stehen. Ja. Excuse me. Oh, kommt aus sich echt... Vorwärtsrolle oder so? Hat man mal nicht. Wow. Vorwärtsrolle hältst du mal drin. Das ist nicht der Kleine. Achso, der Norm... Ja, stimmt. Der Normale kann das nicht. Hast recht. Was ist denn das da für eine Ecke? Was ist denn das für eine Verarsche? Und ich krieg hier die Münzen am... Todesportal. Hat sich das gelohnt? Ich glaube nicht. Wir fangen mal langsam an, die Leute zu retten. Jetzt schon? Was sollen die da unten? Da ist ja keiner von dir. Alle deine Würmer sind hinten rechts. Wo ist meiner? Der Mini. Ja, mit dem kommst du aber auf jeden Fall da drüben rein. Oder drüber. Kannst du rüberspringen sogar. Ja, genau. Ja? Oh, was ist das denn cooles? Ich mag das nicht, wenn du sowas sagst. Was ist das denn? Acht Sekunden? Aber dein Soundpack. Ach, schon wieder? Oh, ich liebe dich. Es ist ja ein Traum. Ich brauche gar nichts machen. Das ist ja ein Traum. Ja, gut. Der Mensch ist ja ein Traum. Das ist ja ein Traum. So, wer ist dran? Hallo? Der Scheißfaster, Homie. Komm her, Daddy! Ich glaube nicht, dass ich daneben schießen kann. Schön, dass du so viel Spaß hast. Ja, ja. Ich fasse es nicht, dass die echt noch einen von mir getroffen hat. Ich habe echt nur einen von dir getroffen. Ich fasse es nicht. Wie bin ich denn? Oh, der ist gut. Ja, das ist eine Special-Einheit. Ja. Special weg erstmal hier. Ja, ganz rechts. Irgendwo übers Meer kannst du stecken. Ja, ganz rechts. Ja, ganz rechts. Ja, chillt da ganz gut. Okay. Ja, doch. Wow. Wobei? Ganz geil. Mhm. Ich weiß doch gar nicht, was ich... Nee, nee. Das sind schon wieder ganz heimtückische Dinge da. Ich merke das. It's my turn now. Das ist ein dicker, ne? Das ist ein ganz dicker. Oh, der kriegt mich halt. Oh, das wird riskant. Oh, holy shit. Ich bin so ein Tatscher. Gehen Sie mal bitte. Ja, mach mal klar. Tschüss. Ich fasse es nicht. Das ist noch eine. Nein. Das müsste es gewesen sein, oder? Nein, ich schon, oder? Oh, 116. 116. Okay. War knapp. Na, na dran. So hast du noch keinen Schaden bekommen. Das kurz in der Fall. Was? Ernsthaft? Doch, unten rechts hat drei Schaden. Und, äh, ich hab mir selber einmal Elbschlagen gemacht. Das ist gut. Stimmt, du hast ja mit beiden Granaten das Fass getroffen. Ich erinnere mich. Welcher ist dran? Ich weiß nicht, äh, neben dem Fass... Oben? Mhm. Das könnte wehtun. Oh, das ist zu hoch. Oh, das ist schön. Nee, ist nicht zu hoch. Zu tief. Vorbei zu schwach. Motherfuckers! Putsch. Ja, was scheiße. Hm. Not fair, not fair! Not fair, not fair. Erstmal 10 Münzen holen. Give! Jetzt hab ich 10 Münzen. Toll. Was mach ich damit jetzt? Ich habe... ... ... ... ... ... ... ... ... So eine Granate zum Beispiel. Ich könnte... ... 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 Das ist Team Save. Boah, ich steh hier echt ungünstig. Ich find das ganz in Ordnung, dass die alle zusammen stehen. Gibt das? Du musst im Winkel schießen, ne? Also, ja, oh. Nicht auf Hulk! Boah, das ist fast noch erwischt. Er hat einmal Hulk erwischt und einmal die Donner Lunte. Hulk Hoden. Ich kann nur so viel schaden, aber in kleinen Schritten, ja, man sieht es. So, welcher ist denn dran? Ach, er. Wo der Hut größer ist als El Sander. Aha. Na, okay, dann müssen wir diese Runde ein bisschen mit Trickshots arbeiten. Oh, du hast gucken, wenn ich's da... Mhm. Sehr riskant hier. In der Ecke. Das wär's gewesen. Ja, ich konnte nicht weiter runter. Hey, look, man, I'm heavy, I don't move too fat. Ach, nicht den fetten, was soll ich denn mit dem? Ja, der ist gut, ja, ja. Bleib ruhig da. Du könntest dir natürlich langsam mal einen Weg rausbuddeln. Du hast noch zwei Minuten, ne? 2,30. Das heißt, die Frage, willst du die Lötlampe, willst du mit der Bazooka rechts zu meinen Würmern? Lötlampe. Das ist ein Dicker, ne? Du musst aufpassen. Go, 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 go! Du musst nicht so weit. Mhm. Ja, komm. Das ist Kasten. Ja, egal. Wenn er verreckt, verreckt sein wird. Ja, der Wind ist schon wieder da, aber. Ja, der Wind ist schon wieder da, aber. Hast du einen Wackler? Komm schon. Okay. Du bist denn neuer Kehl, echt, jetzt? Hm. Na gut, dann ist immerhin ein Eingang zu dir. Ja. Oder ich. Das war so klar. Ja, gut. Ich finde, es ist ein Wartelwürzel. Ja. Auch da halt. Ne? Irgendwann muss der Weg mal aufgemacht werden, weil ich habe noch 1,30. Ich weiß, deswegen warf ich jetzt erst mal ein bisschen. Ja, holt. Ach so. Der Sack. Jetzt spielt er aber auch mit allen Mitteln. Du wenigstens so, als ob du überlegen würdest. Was nehme ich denn? Die weiße Flagge? Nee. Ja, ja. Ach. Nein. Oh, mit der Kiste? Was? Ein Trickshot. Ey, der wäre mal unten gelandet. Der Dicke. Ich fasse es nicht. Okay. Wobei, ich glaube, dass er auf die Strecke runtergerutscht wäre, wenn da die Kiste nicht will. Wie konnte man denn Sachen kaufen? Mit B. Ach so. Was ist das hier? Du kannst hier mit 10, du Dicke. Ich kann ja noch ein bisschen wachsen. Wenn du länger drauf zeigst, dann siehst du. Das kostet. Mhm. Alles safe. Nee, ist okay. Das war ein guter Zug. Ich hätte vielleicht ein bisschen höher gehen sollen. So, dass er nicht mehr dran ist. Ja, wir haben noch einen Worm jetzt. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, komm. Was wird denn das jetzt? Wo hast denn du den Luftschlag her, du Sack? Das ist kein Luftschlag. Was ist denn? Komm. Oh, nee, lass dir fett sein Schlick. Ich hasse dieses Spiel. Ach, schön. Ach, Mensch. Danke für die Wäsche. Haha. So, was haben wir denn jetzt hier noch so schönes? Man, was ist denn? Ein bisschen Heilung. Es wird Zeit. Für die Banane. Mhm. 3 ist okay, denke ich. Knapp immer. Ich stimme, dafür stehen die da ganz gut. Knappen wir seinen Kopf. Und... Das ist viel zu lang. Viel zu lang. Ja. Schade. Okay, okay, okay. Nicht gedacht, dass sie so schnell fliegt. Aber okay. Ich weiß nicht. Na, der Winkel war ja richtig, aber hätte die Zeit. Ich hätte gesagt. Eins oder zwei. Hey, look, man, I'm heavy. I don't move too fast. Eigentlich anderthalb. Die Distanz. Ne, zwei und dafür schwächer schlagen. Na, dann macht der auch nicht den Bogen. Aber... Du kannst es ja jetzt probieren. Stimmt, eigentlich kann ich es probieren. Ist gut für jeden. Ich glaube, ich kriege hier einfach zu viele Tipps. Das ist nicht gut für mich. Nein, das war zu wenig. Schaden hast du noch. Hm. Mehr als deine. Das ist wohl wahr. Oh, tu es nicht. Ähm, mit Tab wechsle ich durch, ne? Mhm. Warum hast du denn noch eine Teleporter? Ähm, noch nicht. Hast du 20 Münzen? Mhm. Mit was mit B, ne? Nein. Hm. Steins Wasser, ja. Ja. Aber der ist ja sowieso schneller wieder drin. Das passt schon. Das war gut. Der Move war echt gut. Schön. Echt? Hm. Komm. Ich kann jetzt noch einen rechnen. Äh, retten. Ah nein, mein Helfer, oder? Komm doch. Oh, was ein Lacker, ne? Ich kriege hier gar nichts geschenkt. Ey, guck mal, mein Heiler säuft gleich ab. Du sprichst von Lack, weißt du? Meine Bananenbumpel ist drei Kilometer hinter dem Wasser eingeflogen. Komm, homie, move! Der sagt Lacker. Okay, okay. Komm. Komm. Oh, jetzt kommt der. Oh, man, der ist so lange gehackt. Nein, der Büffel der Lügen. Nein. Gib ihm. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Ich glaube, du hast aber zu viel Spaß daran, mehr Schaden zuzufügen. Ja, genau. Achso, das ist weniger Schaden. Mehr Schaden. Get it for me, Danny. Ist ja immer so. Ich will mich suspensionen. Und wir müssen nicht sprechen, dass ich nicht so spendieren muss. Ich will mich nicht regulär. Ich war unter anderem. das wird schwierig das wird nix die heilige die fliegen so anders die fliegt eigentlich ganz aber was soll ich mit dem mongo das ist kein kleines normaler was kommt jetzt kommst du ich sehe schon wir sterben hier alle an sandes wenn das so weiter geht wir machen überhaupt keinen schaden ich werde zuerst sterben weil du hast den absoluten high ground jetzt kommt er mit wasser ich glaube immer da runter ich hätte gedacht er schwappt ein bisschen weiter ich bin sehr froh dass ich diese insel annektiert habe ach du jetzt kommt es mit ein jahr natürlich dass das schlimme ist wahrscheinlich funktioniert der kommt gut ja der fisch hat sich nur ich kann sagen habe ich da ein platt fisch oder so auf jeden fall ist es aufgepasst die haben stacheln aber sind auch giftig warum geht das nicht jetzt kann ich jetzt auch ich weiß es nicht sie werden nicht mal jetzt rausgespült na geht doch danke also habe ich mir extra gekauft ich bin so auf den gesamtschaden gespannt der nicht existent ist und du machst das hier echt mit trickshots die ganze zeit müssen noch mehr habe den main ach den wurst trat der gegenwind habe ich nicht moment und blupp und wieder jetzt musste eigentlich nur aber eigentlich sprungsein benutze oder nutze die flagge die flagge nein ich bin jetzt extra es wäre geil wenn du den Fisch an dich ranziehen könntest mit dem Seil ich habe noch Zeit für das oh Gott echt jetzt ein bisschen lernen ne das wäre niemals funktioniert Winner durch High-Ground, so, Meistergegner Schaden 225, oh man, ist das in einer Runde? Nee, ne, das ist gesamt, oder? Nee, du hattest einen Schlag, wo du 160 gemacht hast. Stimmt, aber Meister Littner Schaden 361, ey, das ist ganz schön bitter. Ja, was ist das für eine Folge? Das war ziemlich... Voll mit Fails. Na gut, meine lieben Freunde, das war wieder mal eine Runde Worms Clan Watch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, gerne ein Däumchen da lassen. Schaut mal ein Scheißen vorbei, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.